Ja hallo, mein Name ist Gerhard Götlowski und ich züchte seit meinem zehnten Lebensjahr Zwerchhühner. Bin dazu gekommen, weil ich das so faszinierend fand, wo ich gesehen habe, dass die Hände das erste Mal ein Ei legten. Hab das im Laufe der Jahrzehnte von der Zucht her perfektioniert und bin mit dem Blauen auch schon sehr erfolgreich gewesen. Sechsmal deutscher Meister, zweimal Bundesliga, einmal hatte ich den Europaschämchen. Die Zucht der Blauen ist eine seltene Zucht aus dem Grunde, weil die spalterbig sind. Man sagt im Durchschnitt bei drei geschlüpften Küken ist ein Küken dabei mit der richtigen Farbe, ein schwarzes und ein Splash, die es auch anerkannt werden. Und das macht die Zucht der Blauen eben halt so schwierig. Ja, ich bin hier auch sehr erfolgreich gewesen auf der Ausstellung, aber das ist eigentlich nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass mich das beruhigt, irgendwie mit den Tieren umzugehen und dass ich das auch meinen Enkel, den Hendrik, auch weitergeben kann und hoffe, dass er dafür leben, irgendwie was lernt, wie er mit Tieren umzugehen hat und dass nicht alles so aus der Dose kommt, was man isst. Die Zwerchweihendotten sind ursprünglich von den großen Weihendotten erzüchtet worden, weil man da auch kleinere Tiere halten wollte, aus Grund dessen, dass der Platz nicht mehr so vorhanden war, wie das vielleicht früher mal war und man aber trotzdem einen Zwiehuhn haben wollte. Das heißt also quasi einen Huhn, was viel Fleisch gibt und die Federn für die Kissen damals hatte. Ja, im Laufe der Jahre ist die Form, hat sich die Form auch immer weiter ein bisschen geändert. Die sind länger geworden, die Tiere. Ist eins der beliebtesten Hühner überhaupt in Deutschland. Wir nennen die auch die deutschen Zwerchweihendotten, weil wir den Standard dementsprechend auch geändert haben. Wir kamen mit 1000 Gramm pro Henne und 1200 Gramm pro Hahn nicht klar und sind jetzt deswegen auf 1800 Gramm beim Hahn und 1400 Gramm bei der Henne gestiegen. Und aus dem Grunde gibt es jetzt zwei Typen eigentlich. Es gibt die deutsche Linie mit diesem Gewicht und es gibt die alte Linie, die amerikanische Linie. Ursprünglich kommen die vom Stamm der Weihendotten aus Nordamerika. Die gab es damals in diesem Silberton. Silberschwarz gesäumt heißt er heute. Und von daher hat sich im Laufe der Jahrzehnte alle möglichen Farben gebildet, weil sie sind nicht immer reinerbig. Und mittlerweile gibt es auch schon glaube ich 25 verschiedene Zwerchweihendottenfarben. Ja, die legen so circa 200 Eier im Jahr, wenn du gute Hühner hast. Manche weniger, manche mehr. Und die Eierfarbe ist weiß. Im Gegensatz zu den Großhühnern sind die Eier nicht viel kleiner als bei den Großhühnern. Also man kann sagen, zwei Drittel vom großen Ei ungefähr ist die Eigröße bei den Zwerchhühnern. Ich bin der Hendrik. Ich mach das ab sechs jetzt. Ich hab die schwarz-weiß-gescheckten Hühner. Die heißen Zwergweihendotten. Wir haben auch Futterautomaten und so. Und wir müssen zwar auch oft sauber machen, aber es macht halt nichts. Und drei Hähne sind hier aus der Ausstellung. Ich hab sieben und vier oder fünf Hennen. Aber auch die Schnäbel sind von den schwarz-weiß-gescheckten viel gelber als die.